herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker finmax und meinem kleinen konto heute folgt tag 25 wer die anderen videos noch nicht gesehen hat findet diese in den playlists als nächstes suche ich meinen passenden trade im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien baut us dollar sieht ganz gut aus hier steige ich ein kann das 60 sekunden bis zwei minuten und mache max zwischen 2 und 5 trades und steige noch ein drittes mal ein die ersten beiden trades habe ich gewonnen und der letzte trade sieht auch aktuell gut aus wenn der kurs steigt noch weiter noch zehn sekunden perfekt das ist ein tagesgewinn von 292 euro und 50 cent wer sich für diese strategie interessiert und diese erlernen möchte kann sich für mein privateinzelcoaching road to 10k pro monat bewerben bis zum nächsten mal adios